Oh, Kristalltruhe. Die darf ich offenbar jetzt an mich nehmen. Nachdem wir natürlich unsere Gegner ausgeraubt haben. Die Leichen geflattert haben. Oh, halt, das waren die... Nein, egal. Die haben alle die besseren Schwerter, Leute. Naja. Hat immer noch nicht aufgehört. Wollt ihr ein Herz der Ordnung verwenden, um diese Truhe zu öffnen? Ja. Ah, ich kann mich noch bewegen. Sehr schön. Wir müssen offenbar warten, bis sich das da jetzt geschlossen hat. Ich habe den Obeliskien überladen und der Turm ist zusammengebrochen. Jetzt stürzen die Höhlen um mich herum ein und ich muss fliehen, bevor ich hier fest sitze. Oh. Okay. Au. Ich will ihn trotzdem looten. Aber ich darf irgendwie nicht. Und wir ab. Tja. Fälles. Ich glaube, hier war ich auch noch nie. Nein. Das gefällt mir, dass der jetzt einfach Angel-Ordnungsschwert... Cool. Das ist neu. Oh, ich kann mich sogar noch bewegen. Ach, diese blöden Trümmer. Summer hat etwa seinen Kollegen um Hilfe gebeten? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ja. Der war ja schon fast tot. Einten falsche Zauber. Ich darf im Kampf nicht reparieren, Leute. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Hm. Hier ist schon was eingestürzt. Ah, jetzt bin ich nicht mehr im Kampf. Ist der andere jetzt gestorben? Hier ist auch eine Sackgasse. Dann gehen wir hier weiter. Da ist die Statue umgestürzt. Hm. Hier gibt es nichts. Zwei? Wo kommst du her? Irgendwie werden das immer mehr. Ja. Soll. Habe ich auch so sehen, den da hinten erwischt. Ja! Lass mich in Ruhe die anderen töten. Ah, ist schon tot. Okay. Mist. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dass ich plötzlich höher stehe. Wow. Auf einmal sehe ich doppelt, Leute. Was? Ah. Oh. Gut. Egli war's. Oh. decid. Nein So, ich glaube, hier geht es nicht weiter, Leute Genau, weil hier nämlich keine Soldaten waren Also keine Ritter Bin ja mal gespannt, wie das dann überhaupt weitergeht, Leute Was jetzt noch alles auf uns zukommt Ich sehe hier keinen einzigen Gegner mehr Wird anderswo geöffnet Na, dann suchen wir dieses anderswo Ah, Abenzahn Gut Ist wohl das hier Ja Öffnet sich schon Habe ich hier alles? Sieht gut aus Gehen wir nach Fahles Hier war ich auch noch nicht Nach einem Schuss tot Tja Oh, und hinter mir auch Boom, oder was? Zum Glück ist die andere Seite eingestürzt Okay Okay Das hier muss irgendwo anders geöffnet werden Da rechts ist ein Gegner Der wieder mit einem Schuss besiegt ist, Leute Überall kommen diese Obelisken hervor Und alles stürzt ein Was der wohl hier hinten wollte Aber das ist schön Die Gegner hier sind irgendwie alle mit einem Angriff besiegt Das gefällt mir Ist mir eine willkommene Abwechslung davon Dass sie sonst immer so Stark sind und so viel aushalten Das Randland Na gut Gehen wir raus Ich habe den Einsturz der Ruin von Xedephen überlebt Ich sollte Auric Dasher aufsuchen Und sie fragen, wie die Schlacht über der Erde verlaufen ist Genau Hier wollte ich auch ursprünglich rein, Leute Wenn ihr euch erinnert So Wie spät ist es eigentlich? 7.28 Hier muss noch eine halbe Stunde warten, Leute Dann könnt ihr euch speichern Die kämpfen da hinten Egal Machen wir sie fertig Der Türm komplett zerstört Den möchte ich mir ansehen Sehr schön Ich habe keine Ahnung Das alles wird nur noch Ich glaube, das da ist einer Ah, jetzt sind sie einfacher auseinander zu halten Oha Oha Ich falle runter Ich glaube, das könnte etwas dauern, Leute Aber ich denke, das ist bewusstlos Und mich hat es erwischt Wie zur Hölle bist du hier hochgekommen? Runter mit dir Was? Das wird mir jetzt ein bisschen zu knapp, Leute Wo haben wir So, das sollte reichen für den Moment Eigentlich hatte ich vor, da oben zu landen Aber egal So Heilen wir uns mal Wenn sie wieder hier oben spawnen, Leute Dann springe ich da rüber Dann springe ich da Habe ich mich gerade selbst weggeschleudert? Oh Mann, Leute Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Punkt Von dem aus wir schießen können Ich glaube, ich falle Naja Naja, wir haben noch 700 Pfeile, Leute Das sollte gehen Aber ich dir scheiß bewusst ist Gegen wen kämpft ihr eigentlich die ganze Zeit? Ich dachte, ich habe alle Gegner bei mir Oh Mann Oh Mann Na Komm, ich will dich wegziehen Muss ich wohl erst den hier wegziehen Na ja Den dann kriege ich nicht Na gut Legen wir ein bisschen was ab Bis Ach, ich habe 100 zu wenig Zu viel noch Jetzt So Das sind auch zwei übereinander Okay Es könnte sein, dass ich hier jetzt alle habe Vielleicht Aber egal Ich glaube, ich bin ich